So, das ist jetzt ein Familienzimmer im Calabi, im Club Magic Life. Hier ist dann Platz für die Kinder zum Schlafen. Dann ist hier in der Mitte das Badezimmer. Und hier vorne ist dann das Schlafzimmer für die Eltern. Auch wieder eine kleine Sitzecke. Dann ist hier der Fernseher. Und dann habt ihr hier wirklich noch eine super schöne kleine Terrasse, wo man auch drauf sitzen kann und hier wirklich den Blick aufs Meer genießen kann. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir unten drücken und dann seht ihr weitere Videos von uns.